Bevor ich dir gleich eine geniale Übung zeige, mit der du deine Nackenschmerzen sofort lindern kannst, löse ich kurz auf, warum wir bei Nackenschmerzen von dieser Übung abraten. Also warum halten wir diese Übung, die man häufig sieht, wenn Nackenschmerzen vorliegen, für nicht zielführend? Es ist schlicht und ergreifend so, wenn du Nackenschmerzen hast, hast du Schutzspannung im Nacken. Dein Körper hat einen Grund dafür, diese Spannung aufzubauen und wenn du da jetzt daran zerrst, in der Hoffnung, dass es dadurch besser wird, daran ziehst, gegen diese Schutzspannung arbeitet, dann versteht der Körper in der Regel nicht gut, versteht nicht, warum er jetzt genau aus diesem Grund loslassen soll und deshalb führt es sogar oft dazu, dass die Schmerzen mehr werden. Ich zeige jetzt erstmal eine Variante dieser Übung, wie es besser geht. Also die Bewegung per se ist nicht schlecht und danach gibt es noch was ganz anderes, out of the box, was vielleicht noch wesentlich zielführender ist. Okay, wie können wir die Übung besser machen? Also ich würde erstmal nicht an dem Kopf ziehen, sondern ich würde das sogenannte Agonist-Antagonist-Prinzip nutzen. Und zwar verhält es sich bei unserem Körper so, dass wir in der Regel immer zwei Muskeln haben, die gegenüberliegend voneinander sich befinden und als Gegenspieler zu bezeichnen wären. Wie zum Beispiel der Bizeps, der den Arm beugt und der Trizeps, der den Arm streckt. Und wenn ich jetzt meinen Bizeps anspanne, dann sorgt der Körper automatisch für eine Entspannung des Trizeps, denn wenn beide gleichzeitig anspannen würden, dann würde ja nichts vorwärts gehen. Und umgekehrt, wenn ich den Trizeps aktiviere, bewusst den Arm strecke, lässt der Körper den Bizeps los. Und genau das können wir jetzt auch beim Nacken nutzen. Und wenn wir also jetzt die Übung machen, ist erstmal wichtig, stell dir vor, du wirst am Scheitelpunkt hochgezogen, Nase und Kinn geht nach innen, die Halslöbel ist aufrecht, dann bringst du die andere Schulter tief, dann ist schon mal so ein bisschen Grundspannung da. Und jetzt aktiviere ich bewusst die rechte Seite meiner seitlichen Nackenmuskulatur, um die linke zu dehnen. Das kann ich dynamisch machen, immer wieder mit der Ausatmung. Ich kann natürlich auch ein bisschen halten, aber mein Fokus ist hier, bewusst die rechte Seite zu aktivieren, um eben diese reflektorische Entspannung auf der linken Seite nutzen zu können. Diese Übung ist im Übrigen in einer wunderschönen Nackenroutine vom guten Strong drin, die ich selber auch immer als Betthupferl nutze. Die wird hier oben, beziehungsweise auf jeden Fall auch unten in dem angepinnten Kommentar verlinkt. Und jetzt können wir es noch einen Zacken cleverer machen. Das ist ja unser Anspruch hier auf YouTube, dir einen Vorteil zu verschaffen, dass du ein bisschen effizienter und schneller unterwegs bist. Und zwar können wir noch das Prinzip der Intention mit dazunehmen. Es ist immer gut, wenn dein Körper weiß, was ist das Ziel, worum geht es. Und dafür drehe ich mich jetzt hier zur Wand und rutsche relativ nah an die Wand ran. Ich bin fast ganz dran. Jetzt machen wir hier das gleiche nochmal. Halshübelsäule aufrichten. Schulter tief schieben. Aktivierung der rechten seitlichen Nackenmuskulatur. Und jetzt ist meine Intention, mein Ziel ist praktisch ein externer Fokus. Ich möchte die Wand erreichen. Und jetzt versteht mein Körper, ah, okay, darum geht es. Wir brauchen hier mehr Länge, damit wir das Zielwand erreichen können. Und so habe ich jetzt praktisch auch noch dem Phänomen Intention Rechnung getragen. Und jetzt ist die Übung deutlich effektiver. Und jetzt kommt aber die versprochene ganz andere Übung, um deine Nackenschmerzen zu lindern. Okay, während die erste Übung relativ bekannt ist, dürfte die jetzige Übung dir nicht so bekannt sein. Und zwar ist es eine Spinal Wave, eine Wirbelsäulenwelle, jetzt explizit für unsere sieben Halswirbel. Man kann das im Stehen machen, man kann es im Sitzen machen. Ich werde es auch gleich noch kurz in der Hocke zeigen. Das wäre so die beste Position vorausgesetzt. Man kann halbwegs anständig und stabil hocken. Als kleine Vorübung mach mal Folgendes. Ich drehe mich noch mal kurz ins Profil. Schieb mal Nase und Kinn mit einer aufrechten Halswirbelsäule, soweit du kannst, nach vorne. Und dann ziehst du Nase und Kinn, soweit du kannst, nach hinten rein. Nach vorne rausschieben und nach hinten rein. Das ist der Grundbewegungsablauf, den wir für die Halswirbelsäulenwelle brauchen. Wenn das funktioniert, startest du erstmal nach unten. Du kippst das Kinn in Richtung Brust. Und jetzt schiebst du, wie eben geübt, Nase und Kinn nach vorne raus. Jetzt geht dein Blick nach oben und wie eben geübt, ziehst du Nase und Kinn nach unten, hinten, um wieder nach unten zu kippen. Nase, Kinn rausschieben, Blick nach oben und nach hinten ziehen. Und so ergibt sich schon diese Welle. Ich zeige es nochmal hier im Profil. Am Anfang kann man das mal ein bisschen mehr mit Kraft machen und irgendwann sich daran erinnern, wir kommen ja mal ganz ursprünglich aus dem Meer, hier Evolution. Und dann kann man das ein bisschen fluider machen und natürlich auch umdrehen. Also immer natürlich in beide Richtungen arbeiten. Okay, was spricht dafür, das Ganze in der Hocke zu machen? Erstmal, wenn die Hocke wertvoll ist und du möglichst jeden Tag insgesamt eine halbe Stunde in der Hocke verbringen solltest, wer uns länger folgt, der kennt diese Empfehlung von uns. In der Hocke ist die Lendenwirbelsäule in der Dauerdehnung und kann sich nicht groß bewegen. Auch in der Brustwirbelsäule habe ich nicht so leicht Bewegungsspiegelraum drin. Das heißt, ich kann mich jetzt hier lokal um die Halswirbelsäule kümmern und dementsprechend die Wave auch schön in der Hocke machen und einfach vielleicht auch die Zeit in der Hocke dann nochmal sinnvoller nutzen. Wie lange sollte man so etwas machen? Da gibt es kein richtig und kein falsch. Ob das jetzt zehn Wiederholungen sind oder du dir mal eine ganze Minute dafür Zeit nimmst. Meistens ist Volumen immer zu gering und deswegen ist kein Erfolg da. Also ich wäre jetzt eher bei der Minute. Bei der Übung, die ich dir als erstes gezeigt habe, da würde ich von der Dosierung her so vielleicht zehnmal auf jede Seite gehen oder zumindest fünfmal auf jede Seite. Insbesondere reichen die fünfmal, wenn es eingebettet ist, in weitere Übungen. Apropos weitere Übungen. Wir sind jetzt hier nur lokal und isoliert unterwegs, aber klar, die Halswirbelsäule ist der Nachbar von der Brustwirbelsäule. Und wenn die Brustwirbelsäule dicht ist, dann wird dadurch die Halswirbelsäule beeinträchtigt und kann nie wirklich gut werden. Da drunter liegt die Lendenwirbelsäule, der Brustkorb spielt eine Rolle, die Balance in der Hüfte. Also grundsätzlich gilt es immer, einen breiten Blick auf den Körper zu haben. Und wenn du das ganzheitlich und systematisch angehen willst, das Thema gesamte Wirbelsäule, dann bist du bei unserem Rückenprogramm genau richtig. Das heißt zwar schmerzfrei in sechs Wochen und man hat das Gefühl, da geht es hier nur um Rückenschmerzen, aber de facto ist es für jeden extrem wertvoll, der im Besitz einer Wirbelsäule ist. Dementsprechend wird das hier unten im angepinnten Kommentar verlinkt. Gib mir doch gerne Rückmeldung, wie es dir mit der Übung oder den Übungen ergangen ist. Gerne ein Däumchen nach oben. Ich bin an dieser Stelle wieder raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.